höre glaube und lebe durch das inspirierte wort gottes herzlich willkommen zur täglichen andacht aus maranatha einem andachtsbuch von angie white die weissagung wird erfüllt werden 27 februar die weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer zeit und wird endlich frei an den tag kommen und nicht trügen wenn sie sich auch hinzieht so haare ihrer sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben aber guckt zwei fest drei der glaube der habe guck und all die heiligen und gerechten in der damaligen zeit der tiefen anfechtung stärkte bei der gleiche glaube der das heutige volk gottes aufrecht erhält in den dunkelsten stunden unter widrigsten umständen kann der gläubige christ seine seele bei der quelle des lichtes und der kraft verweilen lassen tag um tag kann er durch gott vertrauen neuen mut und neue hoffnung schöpfen im dienste gottes braucht es keine verzweiflung kein schwanken und keine furcht zu geben der her wird die höchsten erwartungen derer die im vertrauen nicht nur erfüllen sondern übertreffen er wird ihnen die weisheit schenken die ihre verschiedenen bedürfnisse erfordern der apostel paulus legt ein berätes zeugnis davon ab in welchem umfang vorsorge für jede versuchte seele getroffen worden ist ihm hatte gott zugesichert lasst ihr an meiner gnade genügen denn meine kraft ist in den schwachen mächtig zweiter korinther 12 vers 9 dankbar und zuversichtlich antwortete der geprüfte diener gottes darauf darum bin ich guten mutes in schwachheit in misshandlungen in nöten in verfolgungen und ängsten um christi willen denn wenn ich schwach bin so bin ich stark 2. korinther 12 vers 10 wir müssen einen solchen glauben wie ihn propheten und apostel bekundet haben entwickeln und einen glauben der sich an die verheißungen gottes klammert und auf befreiung zu der von gott bestimmten zeit und auf die von gott vorgesehene weise wartet das zuverlässige prophetische wort wird in der herrlichen wiederkunft unseres herrn und heilern des jesus christus seine endgültige erfüllung finden wenn er als könig aller könige und herr aller herren kommt die wartezeit mag uns lang erscheinen vielleicht sind wir von entmutigenden umständen manchmal bedrückt viele auf die man sich verlassen hat sind vielleicht auf der strecke geblieben doch mit dem propheten der sich bemühte den stamm juda während einer zeit beispiellosen abfalls zu ermutigen wollen auch wir zuversichtlich erklären aber der herr ist in seinem heiligen tempel es sei vor ihm stille alle welt aber guckt 2 vers 20 lasst uns die erfreuliche botschaft stets im gedächtnis behalten das gesicht gilt erst für die festgesetzte zeit es lügt nicht wenn es sich verzögert warte darauf denn kommen wird es der gerechte aber wird durch seinen glauben leben aber guckt zwei verse drei und vier der herr segne und behüte dich und gebe dir seinen frieden bis zum nächsten mal zur andacht mit dem titel eine sichere zuflucht am 28 februar und